Ja, wir machen das Ganze noch einmal und speichern da dann Zwischenhust. Curvy, Curvy, Curvy! Dang! Yay, Flummi! Ringen, ein bisschen rumkühlen. Yippie! So. Kann man das irgendwie überspringen? Na ja, klar. Fliegen und fliegen, 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 fliegen durchs Werk und, äh, in eine Fritte und... Boah! Machen wir das kaputt. Und wenn wir drunter Trillarden kamen, habe ich dieses Schloss durch Agnor und wo annimmt. Fein durch die Galerie des Selbstverdiegten. Okay. Weichern. Ich bin dafür, man kriegt jetzt leben, wenn man dies schafft. Boah, hab ich das eigentlich schon mal gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Hey, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich das mal durchgespielt. Boah, Maaan. Fein los. Was auch immer. Cool. Okay, wir fallen wieder ein wenig herab. Ich bring's das mal. Und... Oh ja, dieses macht auch ein bisschen mehr Leben. Okay. Oder hat er damals auch schon drauf hier? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Ich spuck dir jetzt gleich wieder rum mit seinen Wolken. Nein, er spuckt Wolken. Oh nein, er ist jetzt... Äh, leider schon tot. Wie konnte das nur geschehen. Okay, closed. Ähm... Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Hm... Äh, ich nehm mal um. Ja, ich glaub... Boah, was war das denn? Okay, wieder zwischenspeichern. Mein Level wär cool. Ich weiß nicht, wie wir ihn nicht können. Ich weiß nicht, wie wir ihn nicht können. Hm... Ha... 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 Puh... Okay, und... BAM! So, dann wollen wir mal. Wär noch... Klar, dass man hier... Einmal mal Leben hätte bekommen können, wenn man einen schafft. Das wär cool. Ich speichere nochmal. Ähm... Ja, klar. Ich fliege genau rein. Ich weiß leider nicht, was man genau treffen muss, aber... Ja, das war's nicht. Ha... Ja, 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 genau. Ich stell mich einfach rein. Nö, ich hab so... Okay... Boah... Was soll'n' das? Ja... Nee... Ah... Maaan... Okay... Okay, 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 okay... Es fängt gut an, fängt gut an... Ja, 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 ja... Noch nicht getroffen. Ja, okay, 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 okay... Ja, 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 ja... Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Hier ziehe ich nur noch nicht ab mehr. Doch, doch, doch... Aber langsam... Doch, ja, doch... Ein... Haha... Drei gegen drei. Das ist doch... Voll gleich schnell. Ah! Okay, 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 okay... Ja, 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 ja... Hm? 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 Ah! Killed! Gut. So, Napana. Jetzt hab' ich's euch gezeigt hier. Gut. Bam! Aber ich hab' da nicht gerechnet, was? Scheiß Maske... Nein, ich will nicht. Ich hasse die Maske... Nein, 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 nein... Ah! Ich hasse sie einfach! Knapp! Wir kommen aber auf viele Dehnen, ey, die haben bestimmt nichts zu tun den ganzen Tag. Bam! So... Okay. Wo haben wir ihn danach? Achso, das ist unser Freund! Bam! Tink! Okay. Dann wollen wir mal... ...eine Sprecher... Man weiß ja nie, was jetzt vielleicht kommt. Ach, der hier! Okay, okay, okay. Einfach chillen und verhalten, chillen und verhalten, chillen und verhalten, chillen und verhalten. Was wird schon werden? Ja, gut, okay. Ich komm' eh irgendwann vorbei, oder auch nicht, Mann! Was ist denn das hier für ein Zugracksgenerator? Geht doch! Okay, nun die einmal drösten. Er empfällt, jetzt kommen sie plötzlich wieder einem... Alter, ja, ja, gerannt, das ist wieder typisch. Wenn man einmal so angespuckt hat, kommen sie einem hinterher gerannt, das ist wieder so. Wie im real life, wie im real life. Ich hab' den gespeichern, ich hab' nicht das Gefühl, das wird ein sehr harter Kampf am Ende. Ach, wie soll ich denn nur mit zwei verfickten Läden? Ach, das ist doch scheiße, das ist alles scheiße. Ja, mit einem, genau! Wichtig! Haben wir sonst nichts zu tun. Klar! Was soll'n' das? Prost, Kirby! Ähm... Ja... Ich hab' noch ein Leben! Es läuft super! Äh, ich glaub' nicht, dass ich den oder den Chef schaffen werde, wie gesagt. Na? Wird ja lustig. Ähm... Voll die Parade und so. Hm... 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 Neeeeein! Schießen doch noch daneben! Was soll'n' das? Epic-Fail! Was soll'n' das? Wieso? Was soll'n' das? Wieso? 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 Ok, 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 ok. Ganz ruhig, Kopf zurücklegen und Arme hoch und dann wird das schon werden. Ich lehre einen Anreiz da drin, mir ein paar Leben zu hacken. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass... falls sowas überhaupt geht. Mann, das macht doch keinen Spaß, so. Was soll denn das? Das ist doch scheiße. Komm her, komm zu Papa, komm zu Papa, komm zu Papa, ja. Komm zu Papa. Waaah, los, genau so da. Bam, in your face. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, oh, meine Frösse. Kirby, streng dich mal an. Ich halte große Stücke auf dir. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Gibt es hier eigentlich nur ein Heimversteck, wenn man hier irgendwie oben und dann voll auf die Flasen fliegt und sowas? Dann vielleicht, oder wo? Und um? Nö. Joa, nee. Hm. Aber ich spiele dann, indem man die ganze Zeit in dieser Ecke bleibt. Mal gucken. Ah, nein. Ich glaube nicht. Ah, ich spiele das jetzt noch, aber ich lege die Strahlenabläufe. Ketschu, Aquaknapper. Moment, passt doch nicht. Ich dachte, ich hole mir denn mal irgendwas, was man ganz schädlich durchspielen kann. Nein, die ganzen Japaner übertreiben natürlich wieder. Warum hätte ich das mir vorher denken können? Mann! Oh, Part 99. Wir versuchen noch immer, den Boss zu besiegen. Oh, das ist nicht mal der Boss. Der Boss ist hier, glaube ich, noch beschissen. Ich gucke jetzt hier mal noch, irgendwie, Essen oder sowas. Ich glaube, wir müssen das jetzt wohl so durchziehen. Hier ein Auge. Und lassen uns von mehrfälligen Samen besprühen. Oder auch nicht. Was ist denn das? Ich will einmal ausprobieren, was passiert, wenn wir wirklich sterben, müssen wir dann von ganz Anfang an anfangen. Ja, ich weiß, dass ich Garmova bin. So, was haben denn hier für Auswahlmöglichkeiten? Continue. Das sieht doch schön aus. Nicht schlafen. Komm, du verpenst die ganze Reaktion.